15 Situationen, die jeder hasst. Wenn dein Typ bei FaceTime anruft und du gerade aussiehst wie Hagrid. Oh, hm, dann lieber Scholli. So, das sieht doch gut aus. Dann mach ich euch jetzt mal meine Zehennägel. So, dann wollen wir mal. Mann, die haben auch echt lange keine Zuneigung mehr bekommen. Oh, hm, was für ein Zufall. Baby ruft an bei FaceTime? Was spielt der denn jetzt? Oh Mann, so kann ich hier auf gar keinen Fall rangehen. Ist das denn stressig? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay, gut, ganz ruhig. Schnell die Haare auf. Warum ruft er denn genau jetzt an? Okay, gut, jetzt hab ich unter. Diese Hose darf er auf gar keinen Fall sehen. Okay, das müsste reichen. Ich komme, Baby. Hey, Baby. Was? Nein, du störst überhaupt nicht. Ich lag sowieso gerade nur auf dem Bett und hab an dich gedacht. Ja, ich weiß. Sag sowas nicht. Oh. Wenn du dringend aufs Klo musst, aber gerade nicht auflegen kannst. Oh, dieser Arsch. Ich fass es nicht, dass er mit dir Schluss gemacht hat. Ja, der weiß überhaupt nicht, was er an dir hat. Ja, total. Oh, da muss ich pinkeln. Also, ich würde auf jeden Fall die ganzen Insta-Bilder löschen. Mhm. Ja, auf Facebook auf jeden Fall auch löschen. Ja. Was? Du möchtest die ganze Geschichte nochmal von vorne? Ja, also ich muss... Ja. Also, wie gesagt, zum 50. Mal. Ich glaube, der Typ hat dich auf jeden Fall nicht verdient. Ne, ist ein absolutes Arschloch, aber das habe ich dir von vornherein gesagt. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ne, also auf jeden Fall löschen. Ja. Ja. Mhm. Oh. Oh. Was? Ja. Ne. Was? Ob ich auf Klo bin? Ich auf Klo? Ne, das ist der Regen. Wenn deine Hose reißt. Ach, heute ist ein guter Tag. Na, hoppla. Da bin ich wohl über meinen Schnürsenkel gestolpert. gleich mal zu. Oh. Oh mein Gott. Das ist jetzt gerade nicht... Das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert, oder? Ist gerade etwa meine Hose gerissen? Oh. Natürlich. Sie reißt noch weiter. Haha. Niemand hat's gesehen. Oh. Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Ich muss mir eine neue Hose anziehen. Wenn du den ganzen Tag dein Oberteil falsch rumträgst... Mensch, das war ein langer Tag. Huiuiui. So. Oh. Oh. Sag mal. Was ist das denn? Hab ich... Hab ich etwa... Ich hab ja... Mein Oberteil... Voll drum an. Ich stehe den ganzen Tag so aus. Und niemand hat's mir gesagt? Was hab ich denn für Freunde? Oh, ist das unangenehm. Wie besoffen war ich denn heute Morgen? Wenn deine Eltern dich nur rufen, damit du den Müll rausbringst. Mareike mein Schatz. Ja? Kommst du mal bitte kurz? Hm. Muss das sein? Ich bin gerade bei Instagram. Ja, das muss sein. Was gibt's denn? Bringst du mal bitte kurz den Müll raus? Oh. Echt jetzt? Ähm. Fräulein. Marsch. Das ist Kinderarbeit. Ich weiß wirklich, warum hab ich denn sonst Kinder? Hm. Wenn mal wieder irgendein Versicherungsgockel vor deiner Tür steht und dir was verkaufen will. Hm. Schön. Oh, sieht der heiß aus. Oh. Wo ist denn das eine Tür? Ich hab doch gar nichts bestellt. Oder doch? Oh, vielleicht ist das ein Päckchen, von dem ich nichts mehr weiß. Oh. Oh. Ja, Hallöchen, Frau Schmidt. Wie angenehm, Sie anzutreffen. Ich hätte hier ein ganz besonders attraktives Versicherungsangebot für Sie. Danke, ich brauch keine Versicherung. Sind Sie sich da wirklich sicher? Dieses Angebot gab es so noch nie auf dem Markt. Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich brauch keine Versicherung. Sie sollten da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Hm. Ja, sicher. Ich mein, Sie haben es sich ja noch nicht mal angehört. Also, ich meine, ähm, also, ansonsten, äh, könnten wir ja sonst mal im Privaten vielleicht einen Kaffee trinken gehen oder, äh, so. Also, das kann ich jetzt wirklich nicht nachvollziehen. Frau Schmidt! So, fuck ich, dabei bin ich doch so charmant. Wenn es mit jemandem heiß hergeht und die Person dann kurz vorher einschläft. Grüht! Hey, wir haben es hier. closer, nicht unprecedented! Komm her! Mont solder dich und terminal mit diesem Teil! Was mit wegen der Wand! Oh, mehr schöne Wohnung oder sowasst uns? Ich kann's dir gerne zeigen! Oder wir machen das mal anders! Okay, du bist ja noch... Danke von euch! Komm her! Wo sollen wir hin? Da ist die Toilette schon! Hier? Oh nein! Nein, Baby! Bis gleich mit der Feder, gar kein Problem! Schönes Bild! Jetzt geht's richtig los! Warte, warte, Baby! Ich zieh mir noch was Schönes für dich an! Na gut, vorbei! Na klar, Tiger! So! Baby! Baby? Du bist doch nicht etwa! Aber wir wollten doch... Oh, schön! Oh Mann, das hab ich mir wirklich anders vorgestellt! Na gut! Wenn dein Schwarm dich durchkitzelt und dir ein Furz rausrutscht! Wirklich ein spannender Film! Oh ja, find ich auch! Oh, ist da halt noch jemand kitzelig? Ja! Oh! 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 Hast du mich grad? Oh! Das Bett quietscht öfter! Sicherlich! Oh! Mach doch nix! Oh! 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 Die Warteschleife... Okay, fünf Minuten... Das geht ja schnell rum! Huch! Da kann ich ja nebenbei noch ein bisschen Schmuck gucken! Mann, das sind doch jetzt schon 20 Minuten oder so. 5 Minuten? Was soll ich denn da machen? Außer warten kann ich ja nicht viel tun. Also das dauert jetzt wirklich ganz schön lange. Das macht mich ein bisschen wütend. Nee, war doch nicht. Zwei Stunden später. Hallo, Fritz Kotski von der Telematikform Apparat, wie kann ich ihm helfen? Hallo? Hallo? Entschuldigung, ist da irgendwer dran? Sonst würde ich wieder aufschlegen. Oh, was? Wenn du richtig Schwitzhände hast und dein Schwarm deine Hand nehmen will. Und was hast du sonst für Hobbys? Ich gebe zwar mal die Woche zum Tanzen. Oh, cool. Ja, vielleicht kannst du mir mal was zeigen. Ähm, ja, voll gerne. Da fällt dir bestimmt ein paar Schritte ein. Hm, Halleluja. Bist du nervös? Oh. Wenn man beim Stalken aus Versehen ein mega altes Bild likt. Was gibt es auf Instagram? Oh, das ist doch die neue von Matthias. Oh, endlich habe ich ihr Profil gefunden. Da wollen wir doch mal gucken, was die gute so in ihrer Freizeit treibt. Ne? Das sind ja wohl auf jeden Fall Extensions. Na, sowas brauche ich nicht. Geht wohl ganz schön viel feiern, die alte. Na gut, jedem das sei noch. Scrollen, scrollen, scrollen. Die hat aber ganz schön viele Fotos auch klein. Zeig mir, wer du wirklich bist. Oh. Na, da war es da wohl mal eine ganz akrobatische Tollung. Äh, was? Oh, Gottes Willen, Mist. Jetzt habe ich ihr Bild geliked. Oh Gott. Und das Bild ist von 2012. Wie peinlich ist das denn? Bitte jetzt weiß ich ganz genau, dass ich sie gestalkt habe. Mann, was soll ich sagen? Ich habe es verkauft. Ein bisschen vielleicht. Passiert auch jedem Mal. Nicht schlimm. Wenn du deinen Stift anspitzt und er immer wieder abbricht. So, was kaufe ich denn für die Woche ein? Oh, ich brauche... Huch, sag mal, ist ja gar nicht angespitzt. Mensch, oh, das muss ich gleich mal ändern. Oh, schön. Jipp. So, was brauche ich denn? Eine Ab... Oh, sag mal, da muss ich dich wirklich noch ein bisschen mehr abspielen. Jetzt noch mal ganz vorsichtig eine Ab... Oh, nein. Oh, wei. Jetzt ist ja die ganze Spitze abgebrochen. Wie rette ich denn das wieder? Jetzt ist die Spitze noch mit reingefallen. Das gibt es doch nicht. Wie kriege ich die jetzt wieder raus? Oh, ist das schon wieder eine Sauerei hier. Wehe, du brichst jetzt wieder ab. Ich sollte wirklich nicht mehr mit Bleistift schreiben. Wenn du es morgens eilig hast und aus Versehen mit Hausschuhen vor die Tür gehst. Oh, wieso ist es denn schon so hell? Irgendwie bin ich erstaunlich fit. Gleich müsst ihr in meinem Wecker klingeln, oder? Was? Es ist schon viertel nach acht? Ich muss seit 15 Minuten in der Schule sein. Oh, das darf doch nicht bein sein. Und dann auch noch mit mir den Testscheiden. Papa, ich muss ganz schön los. Ich hab da schlafen. Okay. Oh Gott. Hoffentlich bekomme ich nicht so doll Ärger. Oh Mann, ist das frisch heute. Besonders an meinen Füßen. Füßen. Oh Gott, ich hab noch meine Hausschuhe an. Das darf doch nicht was. Wenn du vor die Tür gehst und dann checkst, dass du deinen Schlüssel vergessen hast. Ab in die Arbeit. Hab ich alles? Ja, ich glaub schon. Hab ich eigentlich meinen Schlüssel dabei? Doch, auf jeden Fall hab ich ihn eingesteckt. Ich steck den doch immer ein. Aber ich guck lieber nochmal nach. Irgendwie klappert da nix. Es kann nicht sein, dass ich es vergessen habe. Oh Gott. Bitte lass es nicht wahr sein. Oh Gott. Ich glaub, ich hab ihn wirklich vergessen. Oh nein. Nee, auch nicht. Links, rechts lieber nochmal. Nee. Oh nein, ich hab ihn wirklich vergessen. Das ist jetzt wirklich schlimm. Das sind wieder 200 Euro für ein Schlüsseldienst. Oh Gott, warum passiert mir immer sowas? Wenn du einen wichtigen Arzttermin hattest und ihn dann vergisst. Oh Mann, war das ein anstrengender Tag. Aber egal. Was soll's. Dafür wird jetzt richtig abgelümmelt. Oh, ich liebe das. Oh, ich werd mir eine Serie nach der anderen reinziehen. Herrlich. Da ist doch glatt der ganze Storz. Vergessen, wa? Oh. So, aber was hab ich denn noch nicht geschaut? Hm, wie wär's denn mal mit ner Folge Jerks? Oh ja, dat kann ich jetzt gebrauchen. Ah, da fällt mir ein, ich muss doch diese eigene Überweisung machen. Hey, wie viel war denn heute nochmal? Hm, der 14. Der, der, der 14. Januar 2020? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Bitte lass es nicht wahr sein. Oh Gott, es ist wahr. Nein, wie dumm kann ein Mensch sein? Ich hatte doch heute mein Bewerbungsgespräch bei der NASA. Mann, ich bin wirklich zu nichts zu gebrauchen. Was mach ich denn jetzt? Okay, ich ruf an und sag, ich hatte akute Blähungen. Ja, ja, das ist gut. Oh Mann, ich bin wirklich so verloser. So ihr kleinen Klöpster, das war's wieder mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Uns hat das mal wieder super viel Spaß gemacht, diese Filmmomente abzudrehen. Und jetzt würd ich sagen, kommen wir auch schon zur Kontaktaufnahme. Als erstes grüßen wir die Silja Rodriguez. Ganz liebe Grüße an dich. Dann grüßen wir die Juli S. Auch ganz liebe Grüße an dich. Herzliche Grüße und Musi. Dann grüßen wir die Letizia Giovanni. Oh mein Gott, schon wieder so. Jo, Giovanni. Das hat schon wieder so einen Namen. Ganz liebe Grüße auch an dich. Und als letztes grüßen wir die Mrs. Unterstrich Ari. Auch ganz liebe Grüße an dich. Ganz liebe Grüße. Und wenn ihr im nächsten Video mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommentiert unter diesem Video mit dem Hashtag Team Leo und Steph. Alles in einem Wort und in Leerzeichen ohne alles. Und dann schauen wir vielleicht im nächsten Video unserer Schwingung mit euch aus. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn. Wir hoffen, bei euch scheint die Sonne. Bei uns nicht. Bei uns nicht, meine ich. Wie kann man nur depressiv werden, weil so wenig Sonnenschein. Aber naja. Also, bis denn, meine Lieben. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. So, jetzt wäre es an der Zeit, uns zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke. Ach ja, und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf die Videos, die ihr unten seht.